Guten Abend liebe Leute, Zeit fürs Daily und es ist schon wieder viel 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 zu spät, aber dafür habe ich sehr sehr viel Lahnkram fertig. Der allergrößte Teil ist erledigt, ich kann jetzt gerade auch einfach nicht mehr mehr machen, deswegen ist der Tag für mich jetzt erstmal durch und dementsprechend, ja, sitze ich jetzt hier, mache noch kurz das Daily, sage euch, morgen habe ich keine Ahnung, eigentlich wollte ich streamen, um um 16 Uhr dann Stahlbolzen zu raiden, aber, ja, es ist halt so, dass ich eventuelle Wohnungen angucken kann und wenn das passiert, dann werde ich nicht streamen vorher, sondern werde ich halt einfach Wohnungen angucken, die ich dann hoffentlich auch gut finde, das werden wir dann sehen, aber ansonsten ist morgen dann noch ein bisschen Schiedsrichter-Ausbildung vorbereiten angesagt und dann kommen auch endlich diese Kartons weg, denn da sind einfach nur Schiedsrichter-Sachen drin, irgendwelche Karten und Pfeifen und Marken und Regelhefte und so weiter und dann sind die wieder weg, dann kann ich wieder ein leeres Egal hinter mir haben oder ich stelle da irgendwas anderes rein, das werden wir sehen und, ja, das war es so von heute, gestreamt habe ich nur sehr kurz und viel mehr zu erzählen habe ich auch nicht, also, dann wünsche ich euch einen schönen Abend oder wahrscheinlich eher einen guten Morgen, falls ihr es doch noch hört, dann auch noch eine gute Nacht, aber haut erstmal rein. Baussehнять Beim